Waschmaschine Ja Wenn jetzt minus 20 Grad, dann kannst du ja aufdrehen. Ja. Verstehst du? So lange wie du da bist, ist egal. Ja, aber wann... Niemand, meine ich? Ja. Weißt du, weil sonst ich gehe nicht in den Nachbarn, sage du, mach mal auf. Mach mal zu. Das ist von... Nee, von... Von Heizung.